Challenge accepted Meine Nase ist prächtig dafür geeignet Die Nase ist gut vorgekrümmt Angespitzt Es kann alles losgehen Auf los geht's los Los Leerzeichen Oh oh verschrieben, verschrieben, verschrieben zurück Noch ein Ja Hat seine Vor- und Nachteile eine große Nase zu haben In dieser Challenge bin ich noch nicht ganz sicher Was ein Vor- und Nachteil ist Nein Oh, verschrieben zurück Zweimal Rot schreiben Sehr gut in der Zeit Stopp Sauber Unter einer Minute Autokorrekt Da kann ich nichts für War das Autokorrekt? Ja, da kann ich nichts für Ich schwör voila Das haben wir alles auf Band Das haben wir auf Tape Wir können uns das Foto-Finish angucken Das habe ich alles meiner Mutter zu verdanken Weil ich ihr neben meiner Güte und Weitsicht diese Nase gehabt habe Dafür danke ich ihr Und das ist halt mein Vorteil gegenüber euch Müsst ihr sehen, wie ihr mit euren flauen Nasen da mit der Tastatur zurecht kommt Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden Whatever B-b-b-b-bonus-Round In der Bonusrunde mache ich jetzt einen Begriff aus der Sportwelt vor Den ihr richtig erraten müsst und in unsere App eintragen Und dann könnt ihr ganz tolle Preise gewinnen Ich lege los und dann mal Qué-b-b-b-b-b-b-nales Viel